so liebe leute weiter geht's mit grid heute und der group a supercar los geht's okutama wir nehmen uns den fort server den wollte ich mal ausprobieren weil das sierra uns auf spanisch ausspricht ja okutama wie gesagt eine runde das sind ist halt dieser sprint kurs 6,8 kilometer und die stadt hat ganz ganz hinten so ja wir müssen am besten zu stellen wir nach vorne bleiben wir auf abstand damit sich die lage wieder beruhigt ich sehe jetzt gerade vier drei du sack jungen Ja, der hat so Wind. Ja, sag jetzt, hört mal auf, ich hoffe, sie schießt, ein Idiot. Ja, das... So, das Rennen ist definitiv schon mal gelaufen. Da wollten sie mich einmal komplett weg, Schiebecker holen. Hauptsache, ich bin jetzt mal raus aus dem Rennen. Also, das Ding ist maximal, dass sie nicht mal nach vorne gehen, sondern das ist wichtig. Wenn wir schon Halbzeit des Rennen sind, wir sind immer noch, die Liga der Welt aufzuholen. Also, da ganz hinten will ich nicht ins Ziel kommen. Jetzt ist mein Ziel, aber nach vorne. So weit wie möglich nach vorne. Meine Güte, das Weckra muss doch nicht sein. Zweite muss man da noch mal nachhelfen. Da ist man da... Ich würde schön vorbei. Nein, das ist... Das ist dann ein Problem. 70 Prozent, wenn die sind zwölf, dann muss ich sagen. So gut, da wird wieder dieser Fluch. Geh doch mal weg, Alter. Das ist zwar mein Teamkollege, aber lass mich doch in Ruhe, ey. Man muss sich nicht unbedingt da noch unnötig der Vorbremse nicht wegdrücken. Nein, wie gesagt, in Führung... Gerade da vorne geht's definitiv nicht. Aber ich will noch so weit wie hoch nach vorne. Weil eben... Die Leute meinten, im Zweifel schieße ich dich noch mal komplett weg. Die Kollegen nur auf zwölf, also... Wir waren jetzt in der Münde. Heißt das, sechs Sekunden nur gewesen, ne? Bei der zehn Kilometer Strecke, bei der zehn Kilometer Variante, dann wären wir mal durch. Wenn wir mal umhundert nach vorne gekommen sind. Aber da wären wir mal nochmal gut unterwegs, am Ende. Na gut. Müssen wir leider damit leben. Ist jetzt passiert. Das heißt, wir haben nochmal die Möglichkeit, im zweiten Rennen nochmal was zu reißen. So, das ist jetzt wo? Na ja, schauen wir mal. Wir haben doch ein bisschen was. Paris ist nochmal dran. Jetzt mit vier Runden. Weil das sind ja auch drei Rennen. Das ist der Vorteil. Wir haben also nicht nur zwei Rennen. Also wir müssen jetzt auf Biegenbrech natürlich das Rennen jetzt gewinnen. Und dann kann man es am letzten Rennen nochmal irgendwie, äh, wuppen. Wir sind mitten im Großstadtgewühl von Paris und gleich wird es hier noch lebhafter werden. Christen, was stimmt? Auf geht's. So, heute sind wir jetzt nochmal verdruckt. Da hat der 8.7. Jetzt nochmal müssen wir verdruckt. Da hat der 8.7. Dann müssen wir natürlich wieder... Ich glaube, da hast du jemanden wütend gemacht. Das ist mir gerade herzlich egal. Lass mich an. Verschwinde von mir. Hau ab, Alter. Geh mir nicht auf den Sack gerade. So, das war mit der Absicht, darüber zu ziehen. So, das hat er so einen Moment da. So, ab vorbei. Du kommst auf einer guten Position in die zweite Runde. Kabel, der uns, wobei sie sich wieder vorbeidrücken, in die Führung gehen, aber ich hab da ein bisschen was da gelten. Lass mich in Ruhe. Lass mich bitte einen Moment ruhen. Das haben wir in meiner eigenen Regie. Jetzt können wir ein bisschen wegkommen. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Ich würde es zumindest noch nicht halblich so vorne gehen, wie die letzten Rennen. Das war jetzt nicht so dramatisch schwer. Äh, dramatisch. Ich bin so dramatisch, aber das Ding nach Hause zu fahren. Aber das war noch mal nur sechs Sekunden. Nur dieser noch für 10-Viertel-Meter-Variante wäre es mir schon gemachtbar gewesen, den auch aufzuholen. Na, warte gut, egal. Na, warte gut, egal. Wir gehen jetzt gleich in unsere letzte Runde. Da hinten müssen wir uns ein bisschen damit kriegen, da sollen wir auch besser nicht wegfallen. Letzte Runde. Ich verteidige deine Führung. Da gab es die Runde. Das Auto ist so deformiert, aber es ist mir so egal. Jetzt können wir halt wirklich das Ding einfach nur nach Hause fahren und dann im zweiten Rennen oder am nächsten Rennen das Ding ziehen. Und jetzt noch ein Rennen möchte ich das Ding dazu machen. So, jetzt haben wir noch die Rechtskoil hier. Jetzt können wir da rechts koilen und haben was. Da fliegt die Mode aber, das ist mir aber auch herzlich egal. Aber wir haben es geschafft, das Rennen ist gewonnen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So, daher passt so. Gut. Fünf Sekunden waren wir nur noch, die wäre rausverstanden. Und jetzt gibt es das letzte Rennen für heute. Und zwar auf dem Red Bull Ring. Fünf Runden auf der Kurzstrecke. Ja, und das wollen wir auf jeden Fall noch holen. Und dann können wir schauen, was am Ende rauskommt. Es geht hin, die alles entscheidende letzte Runde. Da steht sogar vorne. Auf dem Rennen. Ja, weißbar. Ja, ich bin mit dem Mittelfeld. Ja, das läuft. Ich mache mir jetzt gerade noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss ja, ich kann es nicht erlauben, weil ich weiß, wie die Standbestände sind. Ich kann ja meinem Teamkollegen gerade nicht helfen, was ich da vorbeigehe. Ich muss nicht da vorbeigehen. So, wir gehen erstmal wieder an Führung. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. So, wir haben eine Doppelführung. Wir gehen jetzt gleich in Runde 3. Wieder ein Quersteher, der uns nach draußen trägt. Jetzt sind es noch drei Runden. So. Wir müssen das Ding irgendwie nach Hause fahren. Das muss unsere Aufgaben machen. Und dann kann man nämlich gucken, ich höre, wie es aussieht. Ich habe nicht in die Zwischenstände geguckt. Jetzt sind wir jetzt in die vorletzte Runde. Noch zwei Runden zu fahren. Hm. Jetzt sind wir jetzt in die vorletzte Runde. Jetzt sind wir jetzt in die vorletzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Okay. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Doppelsieg für unser Team. Nun habe ich, dass das irgendwie noch aufgeht. Ach Gott sei Dank, es reicht noch. Oder? Reicht das? Ja, 54 Punkte. Gut, dann haben wir sogar Teamgeführung und dann haben wir es auch durch. So, dann haben wir es, ne? Ach, ich glaube, der hat sich da vorne geschafft. Schade. Aber ist egal. Das war, wie gesagt, das erste Rennen, was mir so ein bisschen das perfekte Rennen versorgt hat. Okay, dann mache ich Feierabend. Wir sehen uns wieder morgen mit einer Strecke. Und zwar Sydney, Ende übrigens Sprint. Okay, dann ist es doch etwas längeres Rennen. Weil, ja gut. Egal, scheiß drauf. Wir sehen uns morgen. Bis dahin und tschüss. Dann dieren wir uns, wir sehen uns, vielleicht haben ein paar mal richtig. Dann ist da, wenn wir die Seite um überlegen. Dann, wenn ich, wenn wir nicht noch mal, vor. Die Seite. Dann würde ich, wenn wir die Seite. Vielen Dank.